3. Liga, wen holt vertragslosen Titsch-Rivero-Fußball? Drittligist SVW in Wiesbaden hat den vertragslosen Mittelfeldspieler Marcel Titsch-Rivero verpflichtet. Der 28-Jährige, der zuletzt bis zum Sommer beim 1. FC Heidenheim spielte, unterschrieb bei den Hessen bis zum Saisonende, wir standen mit Marcel schon lange in Kontakt und haben in den letzten Tagen sehr gute Gespräche geführt. Daher sind wir glücklich, dass wir seine Verpflichtung jetzt realisieren konnten und Marcel mit seiner großen Erfahrung und Qualität ein wichtiger Teil unserer Mannschaft wird, sagte Sportdirektor Christian Hock. Untertitelung des ZDF für funk, 2017